Hallo, schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. In diesem Video möchte ich dir kurz erklären, was dies für ein Kanal ist und was für Videos hier online kommen werden. Also, wie du sicher schon an meinem Kanalnamen Freizeitparknews.tv erkannt hast, werden hier regelmäßig jede Woche Mittwoch und jede Woche Samstag ein neues Video über Freizeitparknews bzw. Freizeitparks online kommen. Also, wenn du keins dieser Videos verpassen möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video. Dein Freizeitparknews.tv